Wir befinden uns hier in Oberhausen auf dem Altmarkt und wir demonstrieren hier für 10.000 Reisebüros in Deutschland, denn diese stehen vor dem Existenzende und wir hoffen, dass die Bundesregierung uns weitere Soforthilfemaßnahmen in Aussicht stellt, denn es ist fünf vor zwölf und wir brauchen dringend Unterstützung. Wir fordern natürlich jetzt hier bei der Demonstration, dass uns weiterhin geholfen wird vom Land sowie vom Bund und dass endlich, wirklich endlich eine Regelung stattfinden wird, wie und wo uns weiter geholfen wird. Man sieht es ja im Hintergrund, es wird immer noch kräftig demonstriert. Jeder hat seinen Abstand und richtet sich natürlich auch an die Regeln, die uns gegeben worden sind.